Herzlich Willkommen beim Video-Rückblick zur Personaltagung 2018. Erleben Sie jetzt Statements unserer Kunden. Welche Erwartungen haben Sie an den heutigen Tag? Zum einen, dass ich viel inhaltlich mitnehmen kann, was sich im nächsten Jahr ändert, dann gesetzliche Änderungen und zum anderen, was programmtechnisch für mich noch ansteht in diesem Jahr oder auch im Frühjahr, was ich noch umsetzen muss. Einfach neue Dinge erfahren, auch über das Programm und vor allem aktuelle Sachen über das nächste Jahr, was es neue Sachen gibt. Einfach die Neuerungen zu erfahren, was Neues gibt auf dem Markt, was für Änderungen gibt im Sozialversicherungsrecht, im Steuerrecht und vielleicht auch im Ablauf von gewissen Programmen. Natürlich hier etwas zu erfahren über den Jahreswechsel, noch andere Leibnizinstitute kennenzulernen und einfach Connections aufzubauen. Ja, also einmal auf den neuesten Stand gebracht zu werden und welche Änderungen uns jetzt in 2019 erwarten, das sind so meine Erwartungen. Ich möchte mich mit den Kollegen austauschen, einfach wie die mit dem Programm arbeiten. Viele neue Informationen, ja, ich lasse mich überraschen. SDWorks. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft.